Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute sage ich euch, wie Sie mit OpenOffice-K Diagramme erstellen können und auch bearbeiten können. Also, hier haben wir schon ein Diagramm erstellt, aber wir wollen einfach in einem neuen Textdokument einfach so unsere Diagramme zu nochmal holen. Also, wir gehen einfach hier hin und dann holen wir einfach ein neues Textdokument und von daher können wir sofort anfangen. Wenn wir zum Beispiel einen neuen Diagramm erstellen wollen, dann gehen wir sofort hier oben und dann drücken wir einfach drauf und dann haben wir verschiedene Diagramm-Typen hier, die wir einfach damit arbeiten wollen. Also, wir haben auch in 3D, wie ich euch schon erklärt habe und von daher, wir haben auch in Zylinder, wir haben auch in Kegel, wir haben auch in Pyramiden. Wenn wir zum Beispiel mit Zylinder arbeiten wollen, dann suchen wir uns einfach, was uns hier am besten zu gefällt und dann können wir einfach drauf drücken und es wird einfach so gezeigt. Und wenn wir zum Beispiel mit Barken so arbeiten wollen, dann suchen wir auch, wir haben verschiedene Modelle, zum Beispiel verschiedene Typen, wie zum Beispiel in 3D haben wir auch natürlich. Und sie können auch in Zylinder einfach holen oder in Kegel, zum Beispiel solche Diagramme sind. Gut, dann machen wir hier drücken wir einfach auf Fertigstellen und dann haben wir so ein Diagramm hier und wir können einfach loslegen, indem wir einfach so auf, wir können zum Beispiel ein Titel, zum Beispiel, ja, anfügen. Anfügen, jetzt schreiben wir zum Beispiel, ja, kam, ok, oder schreiben wir einfach mal, ist es, ja, kam. Ja, und Unterschiede können wir auch angeben, wir schreiben zum Beispiel, ja, kam, ja, kam. Unsere Achsen können wir auch einfach hier definieren, wie wir einfach auch haben wollen. Wir lassen erstmal so, nur mit dem Titel fangen wir jetzt an und dann drücken wir auf ok und sofort merken Sie hier oben, wir haben unseren Titel und einen Untertitel, den wir einfach angefügt haben. Und von daher können Sie auch weitere Elemente, wie zum Beispiel Legende so anzeigen und von daher können Sie, wenn Sie Legende anzeigen wollen, dann wird einfach Legende angezeigt. Das ist schon eine Legende und Sie können sagen, nein, wir wollen unsere Legende zum Beispiel links oder wir wollen die Legende zum Beispiel oben oder unten. Dann haben Sie die Möglichkeit einfach, ja, die Möglichkeit einfach zu wählen, wie Sie einfach so haben wollen. Wenn wir links wählen, dann drücken wir auf ok und dann sehen Sie schon, die Legende ist auf red links. Und wenn wir zurück haben wollen, dann gehen Sie einfach rückdänkig und dann können wir nochmal ändern, zum Beispiel jetzt reich, es ist momentan reich. Wir können zum Beispiel oben sagen und dann sehen Sie schon, die Legende ist einfach oben, wie Sie einfach auch sehen und von daher können Sie immer wieder einfach ändern, wie Sie wollen. Und momentan sehen Sie, es ist reich und wir können nochmal einfach ändern. Ich zeige euch nur, wir haben unten jetzt, also und die Legende ist jetzt unten und von daher können wir auch so lassen. Aber wir lassen einfach, wie es einfach von Anfang an war. Also das ist eine Legende und wir können zum Beispiel hoch stellen oder unten oder ganz links oder ganz reich stellen. Wir haben schon gelernt und die Legende haben wir auch angezeigt. Das ist einfach das hier, dass Sie einfach hier sehen, mit den Achsen können wir auch festlegen. Sie können einfach die Achsen, die X-Achse, das ist einfach diese Achse hier, die Y-Achse, das ist einfach diese Achse hier, die Sie einfach auch sehen. Und von daher, wenn Sie fertig sind, Sie können sagen, Sie wollen keine Z-Achsen, dann machen Sie einfach raus und dann wird einfach Ihr Diagramm einfach so aussehen. Und von daher können Sie einfach alles machen, was Sie damit machen. Und mit Gitarren können Sie auch einfach arbeiten und zwar, Sie können sich entscheiden, ob Sie zum Beispiel Gitarren auf Ihrer X-Achse sehen wollen oder Y-Achse sehen wollen oder Z-Achsen wollen oder Hilfsgitarren sogar. Also wenn wir, also wir sagen zum Beispiel, wir wollen die Hauptgitarren auf unserer Y-Achse und dann unsere Hilfsgitarren auf unserer X-Achse sehen, dann beginnen wir auf OK und dann sehen Sie einfach die Gitarren. Die Gitarren sind einfach da, um uns einfach zu helfen, wie wir einfach unsere Diagramm einfach so bauen können. Also die Gitarren sind da. Und wenn Sie nicht mehr die Gitarren haben wollen, dann können Sie einfach zurückgehen und die Gitarren sind schon weg. Und Sie können auf die Gitarren einfach so, Sie können sagen, okay, ich möchte meine Gitarren auf diese X-Achse und meine Hilfsgitarren einfach auf meine Y-Achse, dann drücken Sie OK und dann sehen Sie einfach alle diese einfach auf diese Y-Achse. Und von daher, so können Sie einfach die Sachen, wenn Sie nicht mehr wollen, dann gehen Sie einfach zurück und dann können Sie einfach zum Beispiel die Datenbeschriftung einfach hier machen. Also Wert als Zahl anzeigen, Wert als Prozent anzeigen, Kategorie anzeigen und wenn Sie fertig sind, dann können Sie einfach zurückgehen. Aber Sie können einfach zum Beispiel Wert als Zahl anzeigen raus machen oder Wert als Prozent anzeigen raus machen und alles einfach raus machen, wie Sie einfach wollen. Und natürlich können Sie auch die Beschriftung hier drehen, wie Sie wollen und von daher, wenn Sie die Beschriftung drehen wollen, zum Beispiel so drehen wollen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, einfach zu drehen. Und das Zahlenformat können Sie einfach auch hier ändern, wie Sie einfach wollen und von daher habe ich euch schon gezeigt, wie Sie das in Reiter auch machen können. Von daher ganz, ganz einfach und wir lassen auch auf OK und es wird einfach, ja, so sein. Also so können Sie einfach Ihre Sache einfach ändern, wie Sie einfach haben wollen und von daher, sehr, sehr einfach. Wir gehen jetzt einfach mit unserem Format. Dort haben Sie auch die Möglichkeiten, die Möglichkeiten einfach, die Legende Gitarre einfach alles zu ändern, wie Sie einfach haben wollen. Und in dem nächsten Video zeige ich euch, wie Sie einfach hier, hier Diagramm einfach so bauen können. Ich freue mich einfach mit euch das Video zu teilen.